Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Community-Tourenplanung. Heute sprechen wir über das Thema Weitbergsteigen. Das ist ein Begriff, den ich jetzt gerade mir aus der Nase gezogen habe und es kombiniert so ein bisschen das anspruchsvollere Bergsteigen und das Weitwandern. Das heißt, diese Tour oder die heutige Tour ist für all jene was von euch, die gerne in die Berge gehen und die gerne öfters mal in den Bergen sind und auf der anderen Seite aber auch gerne mal über längere Zeit vielleicht dem stressigen Arbeitsalltag entfliehen wollen. Die Schnittmenge daraus findet sich in der heutigen Tourenplanung wieder. Die heutige Tourenplanung findet nicht vor einer Fashion-Technik-Wand statt, denn ich brauche hier sehr viele Notizen und sehr viele Computer und so weiter, damit ich euch das alles irgendwie runterrattern kann, weil auswendig merke ich mir diese ganzen Zahlen hier definitiv nicht. Und es geht los, wir starten gleich, denn das Video wird lang genug, mit dem Startpunkt und zwar Hungerburg oder eben Mittelstation, also Seegrube bei Innsbruck. Warum Innsbruck als Ausgangspunkt? Easy peasy. Es ist super öffentlich erreichbar, darum ging es bei der Anfrage. Es ist, man kommt sehr schnell in alle Richtungen, man kommt aus Deutschland sehr schnell mit der Infrastruktur, mit der Bahn, man kommt auch mit dem Auto schnell hin und so weiter, man kann hier getrost parken, man kommt auch aus den Nebenorten schnell wieder irgendwo hin und deswegen ist es ein guter Ausgangspunkt für alle Leute, die das Auto gerne stehen lassen wollen, würden. Und wir starten bei der Seegrube, wer es sich ein bisschen schwerer machen will, kann natürlich auch bei der Hungerburg starten oder in Sadrach oder Höttingen oder sonst wo. Und das erste Ziel ist das Brandjochkreuz. Wir haben hier eine wunderschöne Querung rüber, die eigentlich so ein bisschen die Nordkette abwandert, ist nicht wahnsinnig überlaufen. Natürlich hier an der Seegrube ist die Hölle los, aber im Prinzip, sobald man hier rüber ist, wird es eigentlich relativ ruhig. Dann kann man das Brandjochkreuz besteigen, man kann es euch auch auslassen. Dazu sage ich gleich nochmal was zum Thema Auslassen. Wandert hier rüber zum Brandjochboden, zur Asprachhütte, da kommt man noch an einer kleinen Jagdhütte vorbei, die ist ganz nett, das ist generell eine sehr nette Location und wandert dann immer weiter gehen westen zur neuen Magdeburger Hütte. Und hier ist dann erstmal der erste Tag vorbei. Generell gesagt, diese Tour streckt sich über fünf Tage. Ob man das jetzt weit wandern nennt oder mehr Tagestour, keine Ahnung, um ehrlich zu sein, aber für mich ist es halt einfach weit bergsteigen. Der Weg hier erfordert schon auf jeden Fall Trittsicherheit. Diese Passagen hier sind großteils relativ sicher, aber eben zum Teil auch ausgesetzt und deswegen sollte man schon trittsicher sein und schwindelfrei, damit man die Sache auch genießen kann. Es ist weit bergsteigen und nicht weit wandern. Also wir sind definitiv bei einigen Passagen auch im anspruchsvolleren Gelände unterwegs. Aber dazu kommen wir gleich noch. Der Aufstieg Richtung Brandjochkreuz ist sehr steil, aber ist insgesamt eher unschwer, nicht ausgesetzt. Sehr steil wieder runter und der restliche Weg hier ist auch wieder sowas. Erfordert Trittsicherheit. Man sollte wissen, wie man seine zwei Füße verwendet und dann kommt man da relativ safe zur neuen Magdeburger Hütte. Hier ist dann Stopp. Tag 1 sind 1000 Höhenmeter im Aufstieg, 1300 Höhenmeter im Abstieg und 12,4 Kilometer in der Strecke. Immer plus minus 50 Höhenmeter und 100 Meter, weil manchmal habe ich einfacher gerundet, damit es nicht so schwer zu merken ist. Jetzt geht es weiter an Tag 2 und wir gehen auf den großen Solstein über einen Weg, der zwar bekannt ist, aber nicht extrem häufig so gemacht wird. Deswegen auch hier wieder eher etwas einsamer. Er ist nicht sonderlich schwierig. Man sollte sich ein bisschen orientieren können. Man sollte definitiv wieder trittsicher sein, aber sehr ausgesetzt oder sonst was ist der Weg bis zur Solsteinscharte hier auf den großen Solstein eigentlich nicht. Also spektakulär sitzt hier nicht. Der Abstieg super steil, kann man über den Kalbenboden machen oder eben über den normalen Weg hier und ist sehr, sehr steil, ist vielleicht ein bisschen mühselig, aber man kommt am Ende beim Solsteinhaus aus und natürlich bleiben wir nicht am Solsteinhaus, denn das Solsteinhaus liegt ja am Adlerweg und das ist wieder eine überlaufende Hütte und wir wollen es ja möglichst ruhig gestalten. Einsame Tourenplanung ist ja das Credo. Dann gehen wir Richtung Jöchelwald und wir könnten jetzt natürlich unten bleiben und bei der Christenalm und beim Großchristental immer weiter ganz unten im Tal herum dümpeln, aber wir sind ja hier zum Weitbergsteigen und nicht zum, ja, Spazierengehen. Deswegen gehen wir dann einfach beim Jöchelwald wieder ins Gelände und gehen wieder in ein bisschen schofigeres Gelände. Nicht sonderlich schwer, es ist einfach ein Steig eben. Man sollte wie immer trittsicher sein und man sollte wissen, was man tut und man sollte sich mit dem Karwendel schon mal auseinandergesetzt haben und Erfahrung mitbringen, aber dann ist das alles kein Hexenwerk. Wer den großen Solstein geschafft hat, schafft auch den Weg hier rüber Richtung Kleinkristental. Bei der Möselalm ist dann schon wieder Schluss für diesen Tag, aber er ist gar nicht so anspruchslos, denn wir haben ja auch den großen Solstein gerade hinter uns. Da liegen wir mit 1400 Höhenmetern im Aufstieg, 1800 Höhenmeter im Abstieg und 15 Kilometer Strecke, so ein bisschen mehr, ein bisschen über dem, was wir am Tag 1 geleistet haben, aber haben jetzt an Tag 3 eine coole Möglichkeit, das ein bisschen anzupassen. Und hier möchte ich auch gleich nochmal zu dem Punkt kommen, der mir ganz, ganz wichtig ist. Diese Tour ist nicht in Stein gemeißelt. Das ist eine frei geplante Tour. Die Weitwanderwege verlaufen überall, kreuz und quer im Karwendel, aber nicht da. Nicht die Tour, die ich euch zeige. Die hat mit den Weitwanderwegen zu 95% nichts am Hut. Und deswegen könnt ihr, seid ihr auch frei darin, das anzupassen, wie ihr das letztlich für richtig haltet. und dazu gehört zum Beispiel die Besteigung des Hohen Gleiersch. Wenn ihr der Meinung seid, an Tag 3, wenn es an Tag 3 losgeht, wir nehmen den Hohen Gleiersch mit, ja, machen wir das. Wenn ihr sagt, nein, Tag 1 und Tag 2, das war mir schon genug, ich bin kaputt, dann gehen wir halt einfach nur auf die Pfeißhütte. Das ist doch auch genauso legitim und genauso entspannt. Wer aber sagt, ich habe noch ordentlich Saft im Tank und ich will was sehen und ich will was erleben, der geht auf den Hohen Gleiersch an Tag 3. Denn genau so starten wir den Tag 3. Zuerst auf den unteren Sackkopf und dann Richtung oberer Sackkopf und da geht es dann etwas, etwas anspruchsvoller. Auf jeden Fall schon Bergsteigen, hat mit Wandern nicht mehr viel zu tun. Auf den Hohen Gleiersch, gerade oben ein bisschen Orientierung gefragt und man sollte trittsicher sein, auf jeden Fall trittsicher sein. Wir sind hier nicht mehr im Wandergelände. Den gleichen Weg geht es nochmal zurück, nochmal an der Mösel allen vorbei. Da wird nochmal kurz eine halbe getankt und dann geht es Richtung Samertal nach Osten und das ist so ein, ja, so gemütlich, man sieht es hier im Höhenprofil, gemütliches Aufsteigen, nicht allzu spektakulär und dann landet man halt irgendwann bei der Pfeißhütte. Die Pfeißhütte liegt auf den Weidwanderwegen, da kann man nichts machen. Das ist eine überlaufende Hütte. Früh reservieren, ja, geht halt leider nicht anders. Aber am nächsten Tag, ich verspreche es euch, wir verschüssen uns sofort gleich wieder von der Masse. Jetzt geht es nämlich an Tag, nein, stopp, Moment, Tag 2, nee, Tag 3. Haben wir 1900 Höhenmeter im Aufstieg, 1300 Höhenmeter im Abstieg und 17 Kilometer Strecke, wenn man den hohen Gleiersch mitnimmt. Lässt man den weg, könnt ihr hier einfach nochmal 900 bis 1000 Höhenmeter rauskürzen und dann habt ihr eine deutlich entspanntere Tour bis zur Pfeißhütte. Also wirklich, das ist dann quasi euer, euer so halber Relax Day im Prinzip. Aber wenn ihr sagt, ihr seid sportlich drauf, könnt ihr die mitnehmen. Wenn ihr sagt, ihr seid richtig sportlich drauf, dann lasst ihr den hohen Gleiersch weg und dann geht ihr einfach auf die östliche Praxmarakarspitze. Ein Stück weit anspruchsvoller, muss man schon dazu sagen. Auch sehr, sehr schön, sehr, sehr ähnliche Optik, weil halt einfach nicht so weit voneinander entfernt und Karwendel halt. Aber grundsätzlich eine Option ist dann nochmal ein Stück mehr dran. Aber hoher Gleiersch kann man halt auch machen. Das könnt ihr euch aussuchen, wie ihr wollt. Wie gesagt, alles frei anpassbar, wie ihr euch das vorstellt. An Tag 4. An Tag 4 von der Pfeißhütte geht es dann Richtung Haller Angerhaus. Und das ist manchen von euch ein Begriff. Manche haben davon auch Albträume. Das verstehe ich vollkommen. Aber ich sage euch, wir kriegen das auch anders hin. Wir gehen nämlich zuerst den München-Venedig-Wanderweg ein Stück weit mit. Und jetzt müsst ihr stark sein. Alle Leute, die gerne einsam wandern und einsam bergsteigen. Ihr müsst jetzt kurz die Zähne zusammenbeißen. Wir müssen über den München-Venedig-Wanderweg irgendwie drüber. Es geht einfach nicht anders. Denn am Stempeljoch habt ihr es geschafft. Und wir biegen dann ab auf eine sehr, sehr einsame Tour. Nämlich Pfeißerspitze, Lattenspitze, Überschreitung mit der Wildanger-Spitze. Sehr, sehr geile Tour. Ist teilweise Stahlseilversichert. Teilweise muss man ein bisschen kraxeln. Teilweise darf man nicht zu sehr die Hosen voll haben und muss trittsicher sein und muss absolut schwindelfrei sein. Denn nur für dieses kleine Stahlseilversicherte Stück ein Klettersteig-Set mitnehmen wäre auf fünf Tage gerechnet ein bisschen too much. Deswegen solltet ihr jedenfalls wissen, was ihr tut. Solltet trittsicher sein, solltet Erfahrungen in leichten Klettersteigen haben, solltet Erfahrungen in leichter Kraxelei haben. Nichts zu Schlimmes, aber leichte Kraxelei jedenfalls. Und dann über die Lattenspitze. Wildanger-Spitze kann man hier noch mitnehmen, wenn man das möchte. Auch nochmal ein sehr schöner Ausgangspunkt. Aber die Lattenspitze ähnelt sich da sehr. Muss man also nicht mitnehmen. Und kommt dann runter an die Abzweigung Richtung der Taurer Alm. Bieg dann hier links ab Richtung Esjöchel. Und ihr seht schon, wir umgehen hier die Autobahn. Also wir gehen quasi auf der Landstraße, während die Autobahn hier am Wilde Bandesteig verläuft. Und das ist das Coole. Wir sehen da relativ wenig Menschen. Ich sage nicht niemanden, aber wirklich wenig Leute sind hier unterwegs. Wenn ihr es sogar ein bisschen früher im Sommer macht, könntet ihr Glück haben und ihr seht tatsächlich niemanden auf dieser Etappe. Bis zum Lafarcia Joch, denn da kommt halt dann einfach wieder die Autobahn entgegen. Und dann müssen wir kurz auf die Autobahn abfahren, auffahren. Und am Lafarcia Joch haben wir dann die Möglichkeit zu sagen, wir gehen auf die Speck-Carspitze. Wunderschöner Gipfel. Man kann entweder die Überschreitung machen über den Ostgrad, ist eine Zweierkletterei, ist von der Schwindelfreiheit und Trittsicherheit definitiv ja halt anspruchsvoll. Also keine, ist jetzt nicht die Allgernordwand, aber es ist definitiv was, was man schon mal gemacht haben sollte. Runter über den Normalweg, bisschen in der Orientierung schauen, teilweise Seilversichert, teilweise ein bisschen Kraxeln. Das ist dann wirklich keine Hexerei, wenn man den Ostgrad gut geschafft hat. Der Ostgrad relativ ausgesetzt, stellenweise sehr ausgesetzt, aber an diesen Stellen wirklich einfach und sonst eben Zweierkletterei an manchen Stellen eins plus, wie man es nimmt. Dann können wir quasi ein Stück von der Autobahn auslassen und fahren dann nochmal auf die Autobahn bis zum Hallerangerhaus. Und ich möchte das hier jetzt ganz groß betonen, es ist keine Schande und es stört mich und sonst niemanden, wenn man die Autobahn grundsätzlich nimmt. Ich habe nichts gegen München-Venedig-Wanderer, aber die Anforderung an das Video war quasi einsame Weitwanderung und das ist halt auf einer Autobahn selten so. Deswegen können wir hier auch nochmal ein Stück weit weglassen, haben dann hier nochmal ein deutlich alpineres Feeling, als wenn wir quasi hier einfach nur drüber latschen und enden am Hallerangerhaus. Auch hier wieder Zähne zusammenbeißen, liebe Einsamkeitsbergsteiger, Hallerangerhaus hat mit einsam gar nichts zu tun und ist ein ist etwas, wovor man sich als Bergsteiger, der keine Leute auf seinen Touren sehen möchte, eher fernhalten würde. Aber es ist ja nur für eine Nacht, denn am nächsten Tag, Moment, stopp, es gibt noch keinen nächsten Tag. Ich habe vergessen, euch zu sagen, wie es mit der, wie es hier mit der, mit der Distanz und mit den Höhenmetern aussieht. Das sind 1400 Höhenmeter, wenn man die Speckkarspitze mitnimmt, 1600 Höhenmeter im Abstieg, wenn man die Speckkarspitze mitnimmt und 13,5 Kilometer in der Strecke, wenn man die Speckkarspitze mitnimmt. Und gleichzeitig sind es 500 Höhenmeter weniger, wenn man die Speckkarspitze nicht mitnimmt und auch nochmal ein ganzes Eck in der Distanz, das ist, glaube ich, offensichtlich. Dementsprechend ist der vierte Tag nicht ganz anspruchsvoll, nicht ganz anspruchslos, er ist eher interessant für den Kopf, wir haben zweimal sehr, sehr spannende Berge, einmal die Speckarspitzenüberschreitung und einmal die Speckarspitzenüberschreitung. Ihr dürft das einfach nicht unterschätzen. Das sind anstrengende Touren, wenn man davor schon vier Tage lang oder drei Tage lang unterwegs war oder vielleicht vier Tage, wenn man einen Tag Anreise hatte. Dann sind solche Touren schon deutlich schwieriger, als wenn ich frisch und erholt an einem Sonntag schön da oben Bergsteigen gehe. Deswegen überlegt euch bei jedem einzelnen Schritt sehr gut, ob ihr die Umgehungen über die anspruchsvollen Bergspitzen so machen wollt. Am letzten Tag geht es vom Halleranger Haus Richtung Vomperloch. Das ist eine mühsame Strecke und dann können wir hier aber abbiegen. Wir können zwar immer noch noch weiter gehen quasi und dann sozusagen hier bei Terfens Vomp unter der Fichterspitze rauskommen oder wir biegen hier nochmal ab, so wie wir das machen, kommen hier nochmal auf den Pfad der Einsamkeit sozusagen und kommen zur Walderalm und können da nochmal entscheiden, ob wir den Pfundskopf besteigen oder nicht und können dann über die Hinterhornalm nach Gnadenwald absteigen, wo uns dann entweder ein Bus einsammelt oder wir vielleicht nochmal zu Fuß weitergehen oder uns einen Taxi rufen oder sonst was und der uns dann nach Fritzens bringt zum Bahnhof und da haben wir wieder 1A-Anbindung in alle Himmelsrichtungen außer Nord- und Süd, weil da stehen Berge und dementsprechend kann man auch hier wieder anpassen, wie viel Höhenmeter man haben möchte. Das sind 19km Strecke, das ist natürlich eine ganz schöne Ansage, 1600 Höhenmeter inklusive Hunskopf und 2500 Höhenmeter im Abstieg inklusive Hunskopf. Das ist nochmal ein grande Finale, wenn man den Hunskopf weglässt, spart man sich etwa 550-600 Höhenmeter, wenn man das noch mitnehmen möchte, sehr schöner Berg, kann man machen, gibt es übrigens auch hier ein Video von mir dazu. Dementsprechend schauen wir uns kurz die Tour an und ich möchte euch noch ein paar Worte dazu sagen. Erstes Wort, was ich dazu sagen möchte, ihr könnt diese Tour beliebig schwerer und leichter gestalten. Ihr könnt diese Querung hier ganz am Anfang schon bei der Nordkette wegschmeißen und sagen, ich mache den Innsbrucker Klettersteig, ich habe dann mehr Gepäck mit, aber ist mir egal, ich bin eine harte Sau, ich kann das. Innsbrucker Klettersteig, runter, Brandjochkreuz hoch und dann wieder diese Querung hier rüber. Kann man alles machen. Man kann sogar noch die hohe Warte besteigen, sehr anspruchsvolle Bergtour, sehr geile Bergtour. Wer, also, es gibt wahnsinnig viel Potenzial, dass noch viel, viel anspruchsvoller spannender zu gestalten. Hier statt einen großen Sohlstein auch gleich noch auf einen kleinen Sohlstein und dann über einen großen Sohlstein runter. Da gibt es wirklich, auch an jedem einzelnen Tag gibt es Möglichkeiten, das Ganze noch viel krasser zu gestalten. Aber für die Fraktionen unter euch, die sagen, krass brauche ich eigentlich gar nicht so, ich bin ja eigentlich mehr so auf der Suche nach was etwas Entspannteren, kann man genau diese Tour, wie sie hier ist, nehmen und einfacher gestalten. Und zwar, indem wir die komplexen Berge, die schwierigen Berge, die Vieltrittssicherheit voraussetzen und vielleicht auch ein bisschen Kraxelei, die kann man sich alle rausklammern. Indem wir beispielsweise sagen, ab der neuen Magdeburger Hütte, du, ich bin ganz zufrieden. Gehen wir über das Kaminel einfach rüber zum Sohlsteinhaus und dann sparen wir uns einfach den großen Sohlstein, weil das ist doch relativ anstrengend. Spart nochmal immens viel Höhenmeter. Wir können aber auch sagen, im Moment mal, die ganze Runde hier interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Wir machen es einfach so, wir sparen uns hier alles und steigen bei der Nordkette Richtung Frau Hitt auf und steigen hier ins Frau Hittkar wieder ab und dann haben wir uns hier quasi einmal das ganze Eck hier gespart und haben uns auch gleich den ganzen Tag gespart, weil wir nur vier Tage Zeit haben beispielsweise oder nur vier Tage Lust und Ausdauer haben und dann sehen wir uns bei der Möselhalm. Wir lassen den hohen Gleiasch komplett weg, weil das ist uns zu anstrengend. 900 oder 1000 Höhenmeter bis zur Pfeishütte reichen wir uns komplett aus. Ich glaube, ich gewinne bald einen Preis im Schnellsprechwettbewerb. Dementsprechend gehen wir nur durch Samertal und landen bei der Pfeishütte und wenn wir auch die Pfeishütte, die Pfeiserspitze, das hört sich ein bisschen, hm, weiß ich nicht, ob ich das kann. Wir müssen nicht unbedingt auf die Autobahn. Wir können hier auch runter ins Tal Richtung Isttal. Da gibt es auch einen gut markierten Weg, der ist auch watschene einfach zu finden. Stempeljoch einfach hier ins Isttal runter und dann Richtung Lafatscherjoch wieder hoch. Dann sparen wir uns noch die Speckarspitze weg. Dann gehen wir über die Autobahn hier bis zum Hallangerhaus. Die halbe, dreiviertel Stunde schaffen wir es auf der Autobahn und dann machen wir die restliche Tour fertig und den Hunskopf sparen wir uns einfach auch. Dann haben wir keine einzige Bergspitze in dem Sinne bestiegen, aber so what? Wenn das Wichtigste ist, das Erlebnis zu haben, weit unterwegs zu sein und viele Eindrücke aus dem Karwendel zu gewinnen, dann ist das der Way to go im Prinzip. Und gleichzeitig wollt ihr einfach nicht so überlaufen unterwegs sein. Und dementsprechend kann man sich diese Tour anpassen, wie man möchte. Das hier ist jetzt quasi der Mix. Auf der einen Seite haben wir lange, langweilige Strecken und Anführungszeichen für ambitionierte Bergsteiger vielleicht nicht so spannend eben, wie zum Beispiel den langen Weg durch Samertal, wie zum Beispiel die Querung hier rüber. Aber wie gesagt, das kann man sich ja anspruchsvoller gestalten. Auf der anderen Seite haben wir aber hier jetzt auch schon den großen Solstein eingeplant. Wir haben den Hohengleiersch eingeplant. Man kann sich theoretisch die östliche Praxmarakaspitze ansehen, man kann die Pfeiserspitze mitnehmen, die Wildangerspitze nochmal zusätzlich, Speckerspitze. Da haben wir ein paar coole, spannende Sachen drin und so entsteht ein Mix, den ich persönlich ziemlich cool finde, aber man muss das eben nicht so teilen. Zum Thema Ausrüstung möchte ich euch jetzt bitten, etwas geduldig zu sein. Das Video ist schon viel zu lang und ich habe versucht, so schnell wie möglich zu sprechen, damit das Video nicht ewig lang wird. Aber zum Thema Ausrüstung, was weit wandern, weit bergsteigen, wie ich es nenne, betrifft, was das betrifft, kommen eigene Videos, wie man sich das zusammenplant, wie man sich das zusammenlegt, welche Ausrüstung für wie viele Tage sinnvoll ist, wie man leicht unterwegs ist, wie man schwerer unterwegs ist. Wir haben jetzt hier eine Hütten-Tour, das heißt, man ist relativ übersichtlich unterwegs. Ich glaube, da braucht es jetzt zumindest für die erfahrenen Weitwanderer nicht so viel neuen Input. Man sollte nicht zu viel mitnehmen, wenn man merkt, dass diese Tour irgendwie einspruchsvoll wirkt für einen und man eher auf ein Klettersteig-Set zurückgreift, dann sollte man diese Tour so in dem Stil nicht machen, sondern einfach die schweren Punkte umgehen, weil sonst ist es wirklich mühsam, mit viel Gepäck und Ausrüstung unterwegs zu sein. Deswegen, dieser Mix ist was für Bergsteiger, die im zweiten Grad schon mal was gemacht haben, die aber auch schon mal mehrtägig unterwegs waren, die auch schon mal im Karwendel unterwegs waren und für die Schnittmenge ist das hier eine richtig geile Tour. Wenn ihr wirklich viele Leute sucht, wenn ihr wirklich gerne viele Leute trefft und euch mit vielen Leuten aus der ganzen Welt austauscht, dann ist diese Tour nix für euch, dann empfehle ich euch München-Venedig. In diesem Sinn hoffe ich, dass ihr die Tourenplanung interessant fandet, dass ihr euch ein bisschen was für eure nächste Tour oder für eure nächsten Tour-Rennen so zusammengelegt habt oder dass ich euch ein bisschen was weiterhelfen konnte und ein paar Tipps geben konnte. In diesem Sinne freue ich mich auf euer Feedback in den Kommentaren. Habt ihr davon schon mal vielleicht die ein oder andere Etappe gemacht? Das würde mich sehr interessieren. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!